Radschleppdampfer Oskar Huber am Binger Loch, Rheinaufwärts mit Lastkernen im Schlepp. Mehr als 100 Jahre wurde der Massenguttransport auf dem Rhein auf diese Weise durchgeführt. Als Schlepper 1966 außer Dienst gestellt, wird das Schiff vom Verein zur Erhaltung des Radschleppdampfers Oskar Huber gelegentlich als Fahrgastschiff in Fahrt gesetzt. 1971 auf einer Leerfahrt von Duisburg nach Düsseldorf. Die Schaufelräder mit einem Durchmesser von 5,20 Meter werden von einer imposanten liegenden Dreizylinder-Verbunddampfmaschine angetrieben. Ihre Leistung 1550 PS, das entspricht 1140 Kilowatt. Die Kurbeln sind jeweils um 120 Grad versetzt. Der Hub beträgt 1,80 Meter. Bei voller Maschinenleistung etwa 42 Umdrehungen pro Minute. Die Patenträder haben je sieben bewegliche Schaufeln. Das äußere Radlager wird geschmiert. Am Radkasten liegt eine Reserveschaufel für die Antriebsräder. Auf dem Rhein wurden die Raddampfer auch Räderboote genannt. Typisch für die Schleppdampfer sind mächtige Schornsteine vor und hinter der Kommandobrücke. Auf dem Vorschiff hängen drei für die Rheinschifffahrt typische Stockanker und zusätzlich ein Klippanker an Backbord. Auf beiden Schiffsseiten hängen die zwei Beibote an Davids. Zwei Ankerwinden werden von je einer kleinen Dampfmaschine angetrieben. Die Trossen dienten der Verbindung vom Schlepper zum Anhang und waren bei Nichtgebrauch auf dem Vorschiff aufgewickelt. Diese Trossenwinden wurden ebenfalls mit Dampfmaschinen bewegt. Je drei Trossenklemmen an jeder Schiffsseite fixierten die Schleppleinen zum Anhang, also zu den sechs bergwärts geschleppten Kähnen. Jeder Kahn war mit einer separaten Trosse mit dem Schlepper verbunden. Über Rollenklampen und Bügel wurden diese Trossen zu den Kähnen geführt. Für die Verwendung als Fahrgasschiff wurde eine Persenning angebracht. Mit einem schweren Stockanker und zwei kleineren Notankern wird das Schiff auch bei starker Strömung sicher gehalten. Die gehiste blaue Flacke auf der Brücke an Steuerbord zeigt an, dass Talfahrer an dieser Seite also rechts vorbeifahren müssen. Ein Blick auf die Verkleidung des vorderen Kessels und auf das vordere Oberlicht des Maschinenraums, das ihn belüftet und aufhält. Der Treppenaufgang führt zur Kommandobrücke. Unter der Brücke befindet sich eine Hilfsmaschine, die das Ruder bewegt. Die Hauptmaschine des Raddampfers Am linken Rheinufer wird rangiert. Die Schornsteine mit einem Durchmesser von 1,50 m und einer Höhe von 9,30 m über Deck können beim Passieren von Brücken bei hohem Wasserstand gekippt werden. An diesen Pollern konnten Schleppleinen für zusätzlich angehängte Kähne befestigt werden. Ein Talfahrer fährt ans Steuerbord vorbei. Seine Fahrroute wird vom bergfahrenden Schiff bestimmt. Die Brücke reicht über die volle Schiffsbreite einschließlich der Radkästen. In der Mitte befindet sich das Ruderhaus mit den Steuerrädern. Von hier aus gibt der Schiffsführer über den Maschinentelegrafen Anweisungen an den Maschinisten. Die Radkästen haben jeweils eine Breite von über 5,20 m. Das große Rad im Hintergrund, die Haspel, wird nur bei Ausfall der Rudermaschine benutzt. Auf dem Heck liegt die Ruderanlage, auch Quadrant genannt, mit der Ruderpinne. Diese kleine Zweizylinder-Dampfmaschine bringt das Ruder in die gewünschte Position. Der Kettenantrieb links wird nur zur direkten Bewegung des Ruders von Hand benutzt. Das Schneckengetriebe dient der Untersetzung der Drehgeschwindigkeit. Über Kardanwellen unten und Kettengetriebe, vorbei am hinteren Kessel, wird die Ruderanlage angetrieben. Ein Kulissenstein auf dem Zahnkranz greift in die Pinne ein. Damit wird das Ruderblatt verstellt. Der Aufbau über dem vorderen Kessel, davor der Niedergang mit dem Oberlicht. Das Räderboot wurde 1922 von der Werft Berninghaus in Duisburg für die Räderei H. Paul Disch gebaut. Nach ihrer Auflösung, zwei Jahre später, übernahm die Firma Rabkarcher das Schiff als Rabkarcher 14 mit den Zusatznamen Fritz Thüssen und ab 1940 dann Oskar Huber. 1954 Ersatz der vier kohlebefeuerten, durch zwei auf Ölfeuerung umgebaute Kessel. Nun reichen Achtmann-Besatzung, vorher mussten vier bis sechs Heizer Kohle schaufeln. Diese gebrauchten von der Firma NAN gebauten Zylinderkessel mit Überhitzer, übernommen aus einem anderen Radschlepper, haben einen Durchmesser von 4,50 Meter bei einer Heizfläche von jeweils 250 Quadratmeter. Die Brenner für die drei Flammrohre werden im Normalfall mit schwerem Heizöl betrieben. Oberhalb der Rauchkammer gelangen die Verbrennungsgase über den Schornstein ins Freie. Ein Dieselaggregat versorgt die Ölfeuerung mit der erforderlichen elektrischen Energie. Die Pumpen fördern das Öl zu den Brennern. Links befand sich früher einer der Kohlenbunker. Oben die Dampfleitung zur Maschine. Eine Persenning dient dem Schutz der Fahrgäste bei Schlechtwetter. Das Schiff ist für 150 Personen zugelassen. 1971 kann der Verein die Betriebskosten nicht länger aufbringen und eine Stilllegung ist unumgänglich. Die Stadt Duisburg übernimmt das Schiff ab Oktober 1971. Es soll als schwimmendes Museum erhalten werden. Fast wäre der letzte Seitenradschleppdampfer des Rheins verschrottet worden. Der Dampfer liegt an einem Anleger in Düsseldorf. Von deutschen Flüssen wurde nur auf dem Rhein bei der Bergfahrt jeder einzelne Lastkahn mit einer eigenen Trosse mit dem Schlepper verbunden. In Salzig, vor dem Flussabschnitt St. Goa bis Bingen, wurde der Schleppzug geteilt und in zwei Durchgängen durch die Gebirgsstrecke gezogen. Talwärts wurden hier zwei nebeneinander gekoppelte Kähne mit kurzen gekreuzten Tauen mit dem Schlepper verbunden. Während in den anderen Abschnitten des Rheins zweimal zwei Kähne hintereinander geschleppt werden durften. Neben der Besatzung auf dem Schlepper waren auf jedem Lastkahn drei bis vier Mann an Bord erforderlich. Die Schaufeln im Radkasten sind geteilt. Sie haben eine Länge von insgesamt 5,10 Meter bei einer Breite von 85 Zentimeter. Die eintauchenden Schaufeln werden über Gestänge mithilfe eines Exzenters nahezu senkrecht gehalten. Die Schaufeln sind auf der Rückseite am Radkörper und einer Exzenterstange befestigt. Alle sieben Stangen enden am drehenden Exzentering, der am Schiffskörper fixiert ist. Pro Quadratmeter eingetauchte Schaufelfläche wird eine Leistung von rund 65 Kilowatt umgesetzt. Die Kurbelwelle bei Maschinenstillstand. Der Maschinist am Fahrstand öffnet nach einem Kommando von der Brücke den Regler für die Dampffreigabe. Oben links befindet sich die Hauptdampfleitung, darunter ein Schiebersystem mit dem dazugehörigen Hochdruckzylinder. Diese Dampfmaschine ist mit einer exzenterlosen Hebesteuerung, der Steuerung nach Joy, ausgerüstet. Besonders Dreizylindermaschinen wurden damit versehen und ermöglichen den Verzicht auf seitliche Schieberkästen. Eine platzsparende Ausführung. Sie erfordert aber eine Vielzahl von Gelenken zwischen den einzelnen Bauteilen. Unterschiedliche Manometer zeigen den Betriebszustand der Dampfmaschine an. Der maximale Kesseldruck beträgt 15 Bar. Durch ein Bullauge beobachtet der Maschinist vom Fahrstand aus die Drehung des Schaufelrades. Die Zylinderdeckel mit den Kolbenstangendurchführungen haben unterschiedliche Durchmesser. Auf dem Zylinderblock sitzen die Schieber zur Dampfverteilung. Mit diesem Handrad kann der Maschinist die Maschine von voraus auf zurück umsteuern. Über die Schraubenspindel wird die Hubstange zur Umsteuerung verstellt. Damit kann auch der Füllungsgrad der Zylinder verändert werden. Die Schieberschubstangen führen rechts zu den Kolben und Flachschiebern. Links die Übersetzungshebel zur Anpassung der Bewegungswege. Links die an den Pleuelstangen über die Mitnehmerhebel angehängten Pendelstangen. Diese bewegen über Hebelsysteme die Schieber zur Dampfverteilung. Hier die Pleuelstangen der drei Zylinder, die weiter links außerhalb des Bildes die Kurbelwelle antreiben. Alle wichtigen Lager werden von einer Zentralschmieranlage über zahlreiche Leitungen mit Öl versorgt. Der Maschinist prüft trotzdem mit seiner Hand, ob die drei Pleuel-Lager und die vier Kurbelwellen-Lager nicht heiß laufen. Die vielen Gelenke der Joy-Steuerung werden geschmiert durch Nachdrehen der Stauferfettdosen von Hand. Zur Bedienung der Maschine sind zwei Maschinisten und ein Schmierer erforderlich. Die Kurbel des Hochdruckzylinders mit der Pleuelstange und der Pendelstange dahinter. Die Kurbelwelle von Steuerbord. Die Pendelstange bewegt die Gelenkstange, die hier in den Hebelbock des Niederdruckflachschiebers eingreift. Links unten eine Vorrichtung zur Schmierung. Beim Vorbeigleiten wird Öl abgestreift und dem Kreuzkopflager zugeführt. An der Pleuelstange sind Mitnehmerhebel und daran die Pendelstange angehängt. Der Mitnehmerhebel führt unter der Maschine zur Lenkerstange, die an einem Ende fest gelagert ist. Die Schlittenbahn des Kreuzkopfes. Die Kolbenstange wird durch eine Stopfbuchse zum Zylinderraum abgedichtet. An der Welle der Hauptmaschine sind über ein Exzenter verschiedene Pumpen angehängt. Diese Pumpe erzeugt im Kondensatorraum ein Vakuum. Durch Einspritzen von Flusswasser kondensiert darin der Abdampf. Das Kesselspeisewasser wird direkt aus dem Fluss entnommen. Die beschriebene Technik dient letztendlich dazu, über eine ungeteilte Welle mit einem Durchmesser von 30 cm die beiden Schaufelräder anzutreiben. Oskar Huber ist 75 Meter lang und fährt im Flaggenschmuck rein abwärts nach Duisburg. Früher dauerte eine Reise von Duisburg nach Rotterdam und zurück mit 8.000 Tonnen Erz für die Hütten im Ruhrgebiet sechs Tage. Von Duisburg nach Mannheim oder Karlsruhe mit bis zu 6.000 Tonnen Kohle hin und zurück zehn bis elf Tage. Verfeuert wurden täglich durchschnittlich zwölf Tonnen Kohle, später sechseinhalb Tonnen Heizöl. Die Talfahrten erfolgten meist mit Kernen ohne Ladung. Mit der Stammbesatzung wurde auf Sicht gefahren. 14 Stunden am Tag, oft sieben Tage in der Woche. Eine Ablösung erfolgte je nach Bedarf. Die Heizer lösten sich alle zwei Stunden ab. Dieser letzte klassische Radschlepper auf dem Rhein ist über Deck 9 Meter und über die Radkästen über 20 Meter breit. Seine Wasserverdrängung beträgt leer 850 Tonnen. Mit vollen Brennstoffvorräten, ca. 200 Tonnen, hat er einen Tiefgang von 1,55 Meter. Der Hafen Duisburg-Ruhrort mit seinen Kai-Anlagen für Massengüter wie Eisenerz und Kohle. Ungefähr 170 Radschleppdampfer sind ab 1840 auf dem Rhein in Fahrt gekommen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren noch über 110 im Einsatz. Durch Kriegshandlungen sind 100 gesunken oder schwer beschädigt worden. Sie wurden danach entweder repariert oder abgefragt. Viele waren noch über 15 Jahre in Betrieb. Dann wurden sie von der Schubschifffahrt abgelöst. Dieses Räderboot lag bei Kriegsende in Oberwesel auf Grund und fuhr ab 1947 ohne große Reparaturen noch 19 Jahre als Schlepper. Bei seinem vorletzten Einsatz im September 1971 erreicht Oskar Huber im Heimathafen-Ruhrort seinen Liegeplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020